Yo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Gameplay, beziehungsweise genau genommen sind es zwei. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was dabei rausgekommen ist und so weiter. Ihr seht schon mal, es ist Titanfall, also Beta-Gameplay. Ja, es sind zwei Gameplays, ich kann euch aber nicht synchron sagen, was da vor sich geht. Ich sehe mir die gerade an, aber das ist nicht 100% synchron. Deswegen werde ich vielleicht ab und zu mal was sagen, was dann nicht zu 100% synchron ist. Aber das sollte kein Problem sein. Ich wollte heute mal mit euch über, übrigens ekelhafte Ladezeit, wie ich das hier gerade sehe. Bah, ekelhaft. Ich hasse lange Ladezeiten. Ja, auf jeden Fall wollte ich heute mal mit euch ganz detailreich und komplett super... Nein, keine Ahnung, wollte ich mit euch... Ach, hier mache ich mir gerade eine Klasse. Das habe ich auch aufgenommen. Ja, dann seht ihr hier schon ein bisschen das Klassensystem. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, und ich wollte heute mit euch ein bisschen über die Beta reden, wie mir die Beta gefallen hat und so weiter und so fort. Und zwar, zum Anfang, ich muss sagen, ich war richtig angepisst. Ich war richtig angepisst, weil am 14. hieß es, es werden die Keys ausgegeben. Und ein paar Tage vorher oder ein Tag, zwei, irgendwie sowas, wurden die Meldungen rausgegeben auf der Titanfall-Gefällt-mir-Seite. Und ich schwöre euch, 25 Minuten nachdem dieser Post rausging, dass man sich bewerben kann, bin ich direkt hin, habe die Anmeldung ausgefüllt und ich habe keinen Key bekommen. Richtig minderwertig. Aber ich habe von mehreren Leuten Unterstützung bekommen, seelische und auch richtige. Und ich muss euch sagen, danke an dieser Stelle natürlich. Und ja, ich weiß nicht. Also ich war ziemlich sauer, als es mir dann ermöglicht wurde, beziehungsweise allen ermöglicht wurde, die Beta zu zocken. Eigentlich bin ich sehr positiv dem Spiel gegenüber, weil, ich weiß nicht, dieses Spiel spockt einfach. Es macht wirklich extrem Laune, auch wenn ich extrem auf die Fresse bekommen habe, gerade bei den Gameplays hier. Aber es macht halt auch extrem Laune. Und gerade auch das Klettern hier gerade bei mir fail ich so ein bisschen. Extrem. Na, komm. Schaffst du es? Ja, er schafft es. Und ja, ich bin halt noch ziemlich, ihr kennt das, am Fällen gewesen. Aber vom Gameplay macht es richtig Laune. Also wirklich, ich kann eigentlich mich nicht beschweren. Ich muss sagen, ich bin zwar ein bisschen sauer an das Spiel rangegangen, aber das war nicht das Problem. Also das war wirklich kein Problem. Ich wurde direkt eigentlich, ja, ich will nicht eines Besseren belehrt sagen, weil das stimmt im Grunde. Guckt euch das an. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Ne, ich habe es geschafft. Ähm, und zwar war es so, ähm, die Beta wurde offen gemacht für alle. Ich natürlich hin, runtergeladen, gezockt, 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 gezockt. Äh, Maximum Level war Level 14. Das habe ich jetzt hier auch schon erreicht, soweit ich weiß. Äh, und, ähm, ja, da war es halt so. Also, gut, ist halt, ne, schnell vorbei gewesen, muss ich sagen, mit dem Leveln. Aber es hat danach auch noch Bock gemacht, muss ich sagen. Und wundert euch übrigens nicht, dass die Grafik so kacke aussieht. Die sieht nur so kacke aus, weil ich das Spiel komplett runtergeschaltet habe. Weil, ihr wisst ja, Multiplayer-Spiel, also schalte ich die Grafik runter. Äh, das Spiel, oh Gott, lief die Runde scheiße, wie ich das gerade sehe. Okay, aber okay, die war auch schon, die lief schon, ne. Also, ihr wisst Bescheid, die lief schon. Nein, ähm, dann war es auf jeden Fall so. Ja, ich bin Stufe 14, sehe ich gerade, okay. Und, ähm, dann war es auf jeden Fall so, dass ich richtig Laune hatte, schon, ähm, dieses Spiel weiterzuspielen. Allerdings habe ich tatsächlich von zwei, ich glaube zwei Tagen, die ich das Spiel spielen konnte, habe ich es tatsächlich nur bis zur Stufe 14 gespielt. Und ich glaube, boah, vielleicht fünf oder zehn Runden, mehr nicht, ähm, hab ich gezockt, als ich dann Stufe 14 war. Weil ich wollte auch nicht übertreiben, weil ist ja nur die Beta. Und ich will halt wirklich, wenn das Spiel rauskommt, unglaublich viel suchten. Tatsächlich, weil, äh, ich weiß nicht, irgendwie, was mache ich denn hier? Warum bleibe ich denn die ganze Zeit auf der Smart Pistel? Ey, ich glaube, da habe ich gerade was anderes gemacht. Da habe ich weiter aufgenommen, ja, seht ihr. Äh, ja, auf jeden Fall war es so, ich habe halt dann, ich bin hin, und habe, äh, das mehr oder weniger so ausgekostet, wie es möglich war. Und bin dann hin und, äh, habe es halt erst mal ruhen lassen. Ich glaube, ich habe es auch, bevor die Beta beendet wurde, schon deinstalliert gehabt. Einfach weil, ne, ich bin so gespannt auf die Vollversion. Deswegen wollte ich abwarten und, äh, ja, ich überlege gerade. Ich wollte eigentlich noch aufzählen, was mir nicht gefallen hat, beziehungsweise was mir gefallen hat. Ähm, ja, also gar nicht gefallen. Und, äh, ich habe von vielen gehört, dass das nicht so deren Problem war. Meins war es aber extrem. Also ich war wirklich extrem abgefuckt von den Snipern. Also wirklich, die Sniper auf dieser Angel City Karte oder Angel Bay, irgendwie so heißt die, die Karte ist die Karte gewesen, die da vorgespielt wurde in diesem Gameplay. Ähm, das war, also, das ist unglaublich. Da gibt es eine Stelle, da sitzen die wirklich eiskalt nur rum. Nur am Campen. Und, ähm, das hat mich extrem abgefuckt. Aber hier auf der Karte, also es gab in der Beta nur die beiden Karten. Und ich muss, richtig geile Granate, oder? Richtig geile Granate, ich weiß. Ähm, ich muss sagen, also, auf beiden Karten ist extrem die Möglichkeit zu campen. Was ich persönlich nicht so geil finde, was ich cool finde, diese Grants, also diese Roboter-Gegner, die werden ja einfach so, boah, guckt euch das an, die werden ja einfach so auf der Karte, ah, da wurde ich vom echten Spieler geholt, ähm, die werden einfach so gespawnt, am Anfang der Runde. Und was ich cool finde, das ist mir aufgefallen auf beiden Karten, ähm, in so ein paar Gängen sind am Anfang auch immer Grants, aber die kämpfen mit gegnerischen Robotern. Also das, was ihr jetzt eben gesehen habt. Das fand ich eigentlich ganz cool, also, oder find's ganz cool, muss ich sagen, weil das, ja, ich weiß nicht, das lässt so, ah, ich erinnere mich an die Runde jetzt, nee, doch nicht. Ah, ich hab mich doch vertan. Es gab nämlich genau die gleiche Situation wie gerade, nur da bin ich dann zurück in die Ecke gegangen und hab da einen Moment, äh, gewartet, weil ich irgendwie Probleme hatte. Ja. Okay, nee, ich erinnere mich doch nicht an die Runde. Auf jeden Fall, ähm, ist das so ein Punkt, den find ich ganz cool, weil der lässt das irgendwie so lebendig wirken, wo ich aber sagen muss, also, auch wenn man wirklich alles auf ganz hoch spielt, kommt die Welt da jetzt, oder die Karten, da ist zwar viel, was auch rumsteht und so, aber ich weiß nicht, irgendwie find ich nicht, dass die Welt so unglaublich beliebt rüberkommt. Also, die sieht, die sieht schon abwechslungsreich aus und auch sehr schick, wie man das hier sieht alles, aber mir hätt's zum Beispiel gefallen, wenn man dieses Haus hier kaputt machen könnte. Das soll jetzt nicht irgendwie so rüberkommen, äh, Battlefield, bestes Spiel, äh, oder so. Also, so ist das gar nicht gemeint. Es ist eher so gemeint, dass das, hier diese Häuser, die sind voll oft Plätze von Leuten, die einfach campen. Ich hab auch, glaub ich, in einem der Gameplays, hab ich auch tierisch gecampt, und, äh, also, was heißt tierisch gecampt? Ich saß halt eine Zeit lang auf den Dächern, und das Krasse ist halt, die Gegner können einen da halt echt schlecht kriegen. Und, ähm, ja, das jetzt war hier selbst meine Schuld, da war ich total dumm. Ähm, aber, äh, das ist halt sowas, ich weiß nicht, also, das flecht mich nicht. Und es wär doch viel geiler, wenn man irgendwie mit einer Granate oder mit Sprengsätzen zum Beispiel, äh, die Häuserwände so kaputt machen könnte, dass man halt einfach reingucken kann. Vielleicht sogar, dass man mit dem Titan irgendwie mit so einem Ruckangriff so in die Mauern reingehen könnte oder so. Das fände ich persönlich richtig geil, aber, vielleicht gibt's das ja irgendwann, wenn ein zweiter Teil rauskommen sollte. Aber, äh, jetzt erst mal, jetzt werde ich auch zertrampelt, ja, zertrampelt, nee, ich wurde abgeschossen, okay. Ähm, das ist so ein Punkt, den finde ich ein bisschen schade, aber, das ist jetzt nix, wo ich sag, das ist voll der Minuspunkt. Was halt Minuspunkt ist, dass man oft campen kann, also es ist wirklich so, da oben kann man übelst campen, man kann auf der anderen Seite links, jetzt rechts, äh, auf so einen Turm drauf und alles und kann von da aus dann halt campen. Das ist halt ziemlich, ich weiß nicht, das finde ich halt scheiße, weil Camper gibt's nun mal und die werden sowas ausnutzen, das weiß ich jetzt schon. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, aber sonst, also ich muss sagen, das Gameplay ist extrem schnell, also das denkt man vielleicht nicht, wenn man jetzt nur so ein Gameplay sieht, aber wenn man selbst spielt, also das Gameplay ist schon schnell. Das ist richtig cool. Ähm, das mit den Titans ist auch richtig unnormal, also man kann wirklich mit den Titans richtig gut spielen, muss man sagen. Die laufen flink, man kann mit denen, äh, relativ weit, die Map, äh, ablaufen. Die können, glaube ich, gar nicht springen, aber die können so einen Ruck nach vorne machen und die können halt auch fast überall rauflaufen, wenn halt die Möglichkeit gegeben ist. Zum Beispiel, die können jetzt nicht irgendwie auf ein Haus drauf, außer da ist jetzt eine Schräge oder sowas, also das geht nicht und, ähm, das finde ich jetzt ein bisschen schade, aber auch nicht so übertrieben, dass ich jetzt sage, das ist voll kacke. Was ich bei dieser Karte oder bei diesem Haus gerade sehr cool finde, ist, dass die Mauer da eingerissen ist, weil bei Herrschaft, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier heißt, auf jeden Fall Herrschaft oder Eroberung, kennt einer von euch auf jeden Fall von Call of Duty oder halt Battlefield, ähm, ist da auch eine Flagge, ich weiß gerade nicht welche, ich glaube die B-Flagge oder die C-Flagge, äh, ist da und, ähm, da, dieses Loch sorgt halt dafür, dass auch ein Titan, der ja jetzt nicht gerade klein ist, von der Seite dahin gehen kann und dann zum Beispiel, äh, reinballern kann und den Gegner da rausholen kann, was ich persönlich ziemlich cool finde, aber, ähm, muss man auch mal gucken, vielleicht hängen sich irgendwann die ganzen Titans davor oder so, das wäre auch ekelhaft, ich werde schon, oh, hier werde ich auch wieder platt gemacht, ich, äh, stelle mich schon darauf ein, dass auf jeden Fall viel Spawn Trap passiert, dabei muss man aber zugeben, die Spawns wechseln wirklich gut, also es ist jetzt nicht so, dass man sich hinstellen kann und, wirklich ein Gegner vor der Nase gespawnt kriegt und dann den Gegner irgendwie direkt wieder wegholen kann und dann geht das so weiter und so weiter, so ist es nicht, aber, ähm, man muss auch sagen, man merkt, dass die Bots ziemliches Kanonenfutter sind, also, ähm, das merkt man daran, dass zum Beispiel diese ganzen Kapseln und alles, jetzt werde ich wieder plattgewalzt, voll der Dreck, ah ne, ich wurde abgeballert, ähm, man merkt das daran, dass halt wirklich dann manchmal diese Raumschiffe von denen auf, äh, einen Platz direkt vor einem landen, also das ist so ein bisschen und man ist jetzt nicht gerade irgendwie im Gegnersporn und das ist schon ein bisschen kacke irgendwie, aber man macht halt Punkte und das wiederum treibt tatsächlich auch dann wieder dazu an, dass man weiterspielt, aber ich muss sagen, das habe ich auch schon von ein paar anderen gehört, es ist so, dass, ähm, ich bei dem Spiel nicht das Bedürfnis hatte, jetzt irgendwie so zwei, drei, fünf Stunden vielleicht sogar, am Stück, äh, dieses Spiel zu spielen, soll jetzt nicht negativ gemeint sein, also, das ist eher so gemeint, dass, ja, wenn ich jetzt sage, dass mich das nach so ein paar Minuten spielen oder nach einer, äh, nach, äh, einer normalen Runde, äh, spielen, schon, ich sag mal, befriedigt hat, hört sich das auch ziemlich doof an, aber, ähm, bei Call of Duty ist es halt einfach oft so, dass man da irgendwie spielt und dann denkt man sich nach einer Runde so, ja, komm, spielst du noch eine, spielst du noch eine und versuch es einfach besser zu werden, aber hier gibt es sowas nicht, hier hat man von Anfang an immer Lust, äh, und, äh, hier ist es auch so, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, dass man relativ gut spielt und das Video ist jetzt auch zu Ende, ich würde mal sagen, bis dahin und haut rein! Ja, ich würde mal sagen, irgendeine